Hallo meine lieben Freunde und willkommen auf ein neues Video. Wir spielen heute Gross No Bar Race. Das ist irgend so ein Spiel, wo der, wie der Freund hier so Schneewelle hier groß macht. Nein, ist das Pipi-Schnee? Und dann einfach hier so ein Rennen machen muss. Hoffentlich schaffe ich das. Hoffentlich. Ganz viel Pipi. Äh, Schnee dafür muss ich einsammeln, glaube ich. Und ja, es gibt mehrere Stufen davon. Also lass mal sehen. Oh, ein Pad-Paket. Das... Äh... Erstmal Geschenk abholen. Äh, äh, äh. Oh, ich darf doch einmal drehen. Komm, bitte, bitte, bitte. Ja! Hä, ist... Das ist nicht scripted, ne? Das ist nicht scripted. Uhuhu, Neon. Digga, einfach mein Lack, ne? Geschenk anfordern. Ja, ich denke, das reicht, oder? Oder? Oder ist das zu klein? Ich weiß halt nicht, wie lang das sein wird. Deswegen... Egal. Hauptsache ganz viel Pipi-Schnur einsammeln. Oh. War... Alles immer abholen, was man kann, ne? Ja, ja. Ähm... Ich will eine Pipi-Schnur hinter mir haben. Na, kann ich nicht. Mist! Äh, okay. Ja, das müsste dann wohl reichen. Und... Exklusive Haustiere begrenzt. Nah. Okay, dann lass ich mal runtergehen. Äh, meine Arme! Ich bin einfach da drinnen jetzt. Oh, nein. Ja, aber ist doch geil, oder? Ah, ich verliere so länger ich gehe. Verliere ich. Und... Highscore. Ich hab gewonnen, glaube ich. Und mein Pad ist verschwunden. 50 Mal Boost. Damn. Oh, nein. Ich kann auch Pets ziehen. Das wird cool. Glaube ich. Wie viele Trophäen habe ich? 300 irgendwas, 1000, ne? Ja. Gamble. Selten. Eine Kristallkatze. Das ist... 66,9%. Aha. Und jetzt kriege ich... Einen Kristall-Elefanten. Das ist... 10,99%. Oh, ich hab keine Hoffnung, ey. Na. Oh, ich kann direkt hier hin. Ey, warum hab ich hier Geld gekauft? Ich hätte da kaufen können. Und was ist das? Minus 33 Kopien übrig? Hä, was? Ah, ich soll da ein Ding kaufen. Kann ich irgendwie rennen? Scans. Ich hab ja 100k plus, ne? Das heißt, ich kann das hier ausrüsten. Das hier. Ah, Mist. Muss ich das ziehen? Da ist doch eher alles schlecht. Ein Wurm. Ein Wurm. Na. Ja, no. Ain't no way. Ich denk, die machen Spaß mit mir. Okay. Egal. Ich geh jetzt hier hin. Und dann zieh ich erstmal paar Dinger. Und dann bin ich ganz stark. Hey, ich spiel's aber echt schlicht geil. Ja, irgendwie sieht mir dieser Freund... Dieser Freund. Und der sah ziemlich ähnlich aus. Hm. Okay. Okay, lass mal... Das teuerste ist 100k. 480. Das kann ich mir nicht mal leisten. Okay. Das heißt, ich geh hier hin. Komm, ich geh auf Löwe. 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 Nee. Eine Katze. Egal. Besser als nix, wa? Ich kann insgesamt drei ausrüsten. Hä? Das ist doch voll geil. Oh. Es wird immer größer. Na, sieh mal einer an. Aber ich find's so ätzend, dass ich so langsam bin. Oh. Weihnachtsevent? Bro, wir haben noch nicht mal Halloween. Oh, also echt. Was ist das denn für ein Brä? Was ist... Öh, hallo? Hm, ich hab 80.000 und 5.000. Äh, wird mir stinken. Minus Aura. Oh, ich denk, der hat... Was ist das für ein Skin? Ach so, das hier. Der ist ja nicht mal so gut, ey. Dann, let's go. Ich denk, äh... 100... Wie viel hab ich? Egal, das reicht. 143.000. Let's go. Aber ich find's auch so lustig, wie meine Arm so drehen. Und vor allem, wie sie so groß werden. Ah, ich kann sogar lenken. Wie cool. Und ich sterbe mittendrin. Ah, Mist. Schade. Oh, ein Sansei. Und ich bekomme... Einen... Antarktischen Fuchs. Ja, dreimal. Ja, besser als nix, gell? Okay, ich geh einfach ohne ihn, weil der ist schlecht. Ciao. Egal. Okay, ich kann keine dieser... Machen. Oh, ich denk, ich schaff es. Oh, ich schaff es. Hab ich's geschafft? Ich denk, ich hab's geschafft, oder? Wow. 1,35 Millionen. Tut mir leid. Also, ich will feuriger Phönix, oder... Ja. Wie die Dinger heißen. Skorpion. 21 Prozent. Ja, meinetwegen. 90 Mal. Das ist besser als mein Ding gerade. Wie viele Pets kann ich auf einmal equipen, bitte? Ah, 5. Hä, warum hat mir das niemand gesagt? Hätte ich gebrochen können, hä? Oh, wie krass das wächst. Tschüss. Und da hab ich sie. Die 200.000. Yay. Das heißt, ich kann, glaub ich, einmal machen, aber ich will ja 2,5 bekommen. Wo ich letztens gemacht hab, hab ich nur 1,3. Das heißt, wenn ich doppelt so viel mache, krieg ich auch doppelt so viel Geld. Das heißt, wenn ich ungefähr bis 400.000 mach, was letztendlich lange dauert, weil ich hab schon 300k, wo ich diese Kacke gelabert habe, weil ich ein Jäpper bin, dann schaff ich, glaub ich, die 2,5 Millionen kann dahin, weil da ist viel mehr Schnee und kein Spieler. Das heißt, alles gehört mir. So ist es sowieso alles mir. Und da sind halt bessere Dinge und dann kann ich von hier erstmal die einmachen und dann da und so weiter und so fort. Ja, mein Shit ist legit. Also ich mach das, ich zieh durch, weil ich hab Eier. 400k. Passt. Let's go! Okay, lass mal sehen, wie weit ich komme. 200k. 300k. 400k. 500k. 60k. 70k. 80k. 90k. Hä, ich konnte nicht mal finishen, Bro. Hä, was ist das denn? 1,23? Hä? Hä, ich verstehe nicht. Warum? Egal. Ich ziehe einfach hier und dann passt's. Na, hab ich ausgeglichen. Nein, nicht Feuergeist. Das ist dieser komische Ding. Ich will was Seltenes. Nein! Ähm, ja. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, jetzt müsste es ganz schnell gehen. Ja. Damn. Ich bin so skibbidi. Cyberstart. Schaffe ich. 1 Billionen. Nee, Digga. Hoff mal nicht. Ich hab schon 200k. Aber warte mal. 400k hat vorhin nicht mal gereicht, um bis zum Schluss zu kommen. Das heißt, nach meinen, äh, 20 Kubikdezimeter, äh, Millihirn, würde ich sagen, ich komme vielleicht mit 600k durch. Bro, ich hab schon 500k. Okay, Digga, wie schnell. Okay, ich geh mit 700k zur Sicherheit und los geht's. Oh, ich hab das Binnen erhalten. Noch eins? Ey, ist aber gut, weil ich kann den dann fusionieren. Und das wär geil. 2,54, yay. Und Mienenwerk ist offen. Okay, ciao. Ciao, äh. Ja. Okay, ich geh ganz kurz rein, direkt 10k. Tut mir leid. Okay, ich hab schon 500k. Ich dachte, ich hab irgendwie gerade... Okay. Nee, ich hatte einfach meine Freize. Okay, ich würde einfach zur Sicherheit... Ich hatte da 700k. Also würde ich mit der nicht doppelt, weil es wird viel zu lange dauern. Vielleicht 1,00002-fach. Also, eine Million. Ja, doch, eine Million ist eine gute Zahl. Imagine, ich schaff das dann jetzt so. First try, das wär geil. Und wie viel brauche ich für einen Ei? 3 Millionen. Schaffe ich. Und here we go. Lass mal sehen. Wie weit ich komme. Mhm. Sehr nicht gut. Wo ich 50k war, habe ich schon 600k verloren. Das heißt, ich werde ungefähr bei 80k aufhören. Bro, ich bin so gut in Mathe. Warum hab ich... Ja, okay, ich hab... Ja, okay. 4,18 Millionen, okay. Und dafür brauche ich 10 einfach. Okay. Komm, Truton, Truton. Ne, ein Gepard. Wer kann einen Unterschied zwischen Gepard und Jaguar erkennen? Ich auf jeden Fall nicht. Oh. Okay, was habe ich gerade gezogen? Gepard, ne? 195. Egal. Wo ich 50k habe, habe ich 600k schon verloren gehabt. Das heißt, nach meiner Berechnung nach brauche ich mindestens 1.200.000. Aber weil wir sicher gehen wollen, gehen wir mit 1.400.000. Ich denke, das ist, warum ich keine Freunde habe. Äh, 500k. Let's go. Nicht 500k, 500k, ne? Ja, ja, ja. Okay, lass mal sehen, ob jetzt meine Berechnungen richtig waren. Ah, es geht aber immer viel mehr schneller weg. Äh, das habe ich nicht beachtet. Egal. Ich habe das, was ich will. Und zwar genug Geld, um das hier zu kaufen. Und ich kriege einen Einhorn. Ist das selten? Nein, das ist das unseltenste. Vor allem unseltenste. Tja, tja. 640. Ja, moin. Und das ist das Schlechteste, in Anführungszeichen. Okay. Äh, ich habe viel zu viel schon. Aber ich gehe mit 2.000.000 einfach rein. So. Oh. Warum ist er so schnell? Warum ist er so schnell? Warum ist er so schnell, dieser Knecht? Ah, der ist aber bei 20k aufgehört. Äh, würde mir stinken. Und ich schaffe es, gell? Ich schaffe es. Und eine zweite Runde. Bis 500k? 500k? 50k meine ich? Bro, ich verwechsel immer Zahlen. Sorry. Hm. 8,04 Millionen. Ja, ja, ja. Nicht schlecht. Das ist schlecht. Das ist sogar schlechter als letztes Mal, glaube ich. Ich kann mir keinen einzigen kaufen. Obwohl ich mehr hatte als letztes Mal. Egal. Bro, der Brätsch da hinten chillt einfach mit so einem Magma-Ball rum. Das soll eigentlich Schneeball sein, bro. 100 Millionen. Damn. Komm, wir upgraden zu Diamant. Das ist Minecraft-Texture. Nein. Na, 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 na. Die werden bald angezeigt. Oder auch vielleicht mit 2,5. Weil ich habe vorhin irgendwie voll wenig bekommen. 2,5. Let's go. Ich rolle, 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 rolle. Ich bin 70k, 80k, 90k. Fertig. Und ich gehe nochmal runter. Und zwar bis... Hä, warum ist hier so eine Spur? Ich gehe nochmal bis 90.000 runter. That's crazy. 10 Millionen. Genau. Egal. Und ich bekomme einen... No, nicht so wieder so ein Ding. Ich habe einen Geistesblitz bekommen. Und zwar, wenn ich jetzt hier hingehe. Ich bin eh rich mit 8 Millionen noch. Und hier ein Seer. Und wahrscheinlich bekomme ich einen Feuergeist. Yes, sir. Dann kann ich die fusionieren. Und dann habe ich so ein 85 Mal Ding. Auch wenn er schlecht ist, immer noch. Aber das ist ein cooler Flex. Ja. Ich habe schon 200k. Stabil. Damit könnte ich da runter Ding und gewinnen. Mache ich 5. Und weil wir nicht bis zum zweiten Mal fertig geworden sind, mache ich 3 Millionen. Das passt. Let's go. Let's go. Warum habe ich jetzt keine Spur mehr? Okay. 5... Ach, das macht Geschwindigkeit aus. Dann kaufe ich mir Omega. Hä? Was ist das für eine Frage? Finished. Ich habe zweimal beendet. Zweimal. Das müsst ihr euch merken. Zweimal. Und bis zu... 27. Okay. Okay, warum bin ich so schnell? Tschüss. Achso, das ist normal. Nicht Rollgeschwindigkeit da unten, sondern einfach hier. Aha. Sag es doch gleich. Kommt, wenn ich jetzt einen Einbauen bekomme. Yes. Fusionieren. Und ich bekomme einen 640-fachen. Ja, ja, ja. Dann kann ich nämlich den benutzen. Und den. Dann habe ich insgesamt richtig viel. around the world. Digga, ich bin viel zu schnell. Ich wusste halt nicht, dass ich so schnell werde. Sorry. Macht Skins auch was aus dann? Ja, Schneeboost. Hm. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Schnee sich aber so schwer einsammeln lässt. Bro, ich drifte hier wie ein, äh... Ja. Auto halt. Und ich habe schon die 4 Millionen geknackt. Yeah. Und ich bin immer noch hier nicht raus. Ich will zum Zirkus. Eigentlich, wenn ich groß genug bin, einfach so einsammeln. Das wäre nämlich krass. Das geht aber leider nicht. Schade. Boop. Ja. 5 Millionen. Das reicht. Let's go. Warum, warum schittert da irgendwo... Ich denke, das war mein Arm. Hallo, 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 ich habe meinen Nachbarn verloren. Egal. Einmal. Zweimal. Komm, viertes Mal. Äh, jetzt kommt aber erst 3. Ich weiß, ich weiß. Ähm. Drittes Mal. Ah, ja. 21.000. Äh, 21 Millionen. 5 Millionen schon zusammen. 6 Millionen meinte ich natürlich. Sorry. Äh, ich meine 7 natürlich, versteht sich. Also Sprechfehler. Äh, ich meine 8 Millionen, ich habe mich verlesen. Äh, aber rein theoretisch ist es 9 Millionen und praktisch gesehen ist es 10 Millionen, das finde ich jetzt runter. Deo. 10 Millionen. Tschüss. Okay, wir machen jetzt eine. Du, 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 du ganz alt ausgeschaltet ja nehme Grüße an, ja habe ich Glück gehabt oh das ist so ätzend, dass ich einfach zu gut bin für dieses Spiel das geht nicht runter, hallo? ich denke ich habe einen Bug entdeckt jetzt geht es wieder nicht runter ich denke ich schaffe das heißt noch eine Runde, ne? Danke easy na jetzt geht es wieder runter da habe ich ganz viele Runden geschafft, ne? ich habe gar nicht mehr gezählt wie viele Runden das waren 40 Millionen ach du Schreck ok, wie viel habe ich 40 Millionen? das reicht völlig räucht hey ich bin in der Luft, hallo? äh ich denke das ist ein Bug, hallo? wiu, nein ich bin komplett jetzt links, nein ich möchte rechts wiu, oh nein ich bin wieder links ich hätte nicht nach links drücken dürfen, Mist ok zweites mal fertig jetzt möchte ich aber nach rechts ich kann es sogar machen, ah, he, 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 warum werde ich langsamer? hallo? ey, 142 Millionen trotzdem ja ich bin wieder in der Luft ja ok, ich weiß wie man jetzt in der Luft ist einfach springen, hä? voll simple, voll simple äh, schaffe ich es bis zum Schluss? ne, ne? doch, nein vielleicht? nein trotzdem 60 Millionen, hey, was soll's warte mal, wie viel habe ich denn schon? 70 ja, ok, ich gehe runter ja, wieder in der Luft, weil, mit Drip halt du 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 nein, ich bin wieder stuck in der linken Hälfte einmal Finish, danke dann kann ich nämlich so machen auf die rechte Seite wie viel Mal will ich eigentlich noch fertig werden? ah, danke, 250 Millionen plus egal, dann gehe ich mit 90 damn, that's crazy man that's crazy einmal ist kein Mal zweimal habe ich bisher, glaube ich, gemacht ich habe es verpasst dreimal viermal fünfmal oh man, ich bin stuck am, irgendwann, hä? wie kann ich überhaupt außerhalb der Bahn sein? ok, fünfmal so, jetzt habe ich 176 Millionen gesammelt und jetzt gehe ich runter lass mal sehen, wie viel ich dadurch bekomme höh, warum wird das nicht weniger? es ist einfach stuck egal egal, ja, egal habe ich jetzt halt eine extra Finish mehr ok, ich kann fordern 500, danke, du hilfst mir so sehr oh, wie lange will ich eigentlich noch rollen? ne kurze Frage aha wie weit noch? komm, das reicht jetzt ja, danke 80k und keine Ahnung, wie viele Mal ja, gut 618 Millionen ja, passt glaube ich so, ich habe ganz viel jetzt gesammelt und das ist jetzt mein letzter Ball das entscheidet über alles und über nichts und let's go entweder kriege ich jetzt durch dieses eine Rennen genug Trophäen damit ich weiter kann und dann ist es vorbei endlich oder ich verdiene nicht genug und scheitere und dann ist das das Ende boah, ich weiß schon nicht mehr wie viele Runden ich schon jetzt gemacht habe oh nein und es hat wieder natürlich gestoppt weil baum ich kriege noch eine extra Runde und dann ist es vorbei und dann sehe ich wie viel ich bekommen habe 1,26 Billionen 1,26 Billionen yeah das heißt ich komme zur Feuerwehrstadt und das war's mit dem Video weil ich es zum Ende dieses Spiels geschafft habe wenn ihr noch ein weiteres Teil wollt wie was das da ist wenn ihr das wissen wollt dann lasst ein Like da abonniert schreibt es in den Kommentaren damit ich weiß dass ich dieses verdammte Spiel nochmal spielen muss und hier wieder halt leider herkommen muss ja wenn es euch gefallen hat lasst ein Like da dann weiß ich auch dass es euch gefallen hat ansonsten mhm tschau es hat's Nein! Welt 2!